Stand heute kann eine KI sogar einige Aufgaben am Telefon für dich übernehmen. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir heute in vier praktischen Beispielen. Wir werden uns vier KI-Caller angucken, die unterschiedliche Aufgaben für Unternehmen erledigen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, vor allem die KI Nummer 4, mit der wir telefonieren, die übernimmt eine essentielle Aufgabe für Unternehmen, die so gut wie niemals manuell erledigt wird. Los geht's! Ja, KI macht unser Leben extrem viel einfacher. Aber es geht mittlerweile weit über das hinaus, was ChatGPT für dich machen kann. Natürlich kannst du Social-Media-Beiträge und Blog-Beiträge schreiben, aber KI kann mittlerweile auch telefonieren. Und das ist auch im deutschsprachigen Raum schon richtig gut geworden. Nun, wir werden uns heute einmal anschauen, wie die KI genau telefoniert. Ich habe heute vier unterschiedliche KI-Caller und als allererstes stellen wir uns einmal vor, wir telefonieren mit einem KI-Caller, der deine bestehenden Leads anruft. Und zwar vielleicht auch, wenn du gerade weißt, dass diese bestehenden Leads warm sind, auf deiner Webseite waren, E-Mails von dir gelesen haben, also Inhalte von dir konsumiert haben. Es gibt also ein Interesse und nun rufen wir mal an. Das wird normalerweise durch Telesales-Mitarbeiter erledigt, aber die wachsen leider auch nicht auf Bäumen und auch die Guten sind immer schwer zu halten. Das heißt, hier hat die KI eine Möglichkeit gefunden, für dich als Unternehmer und Unternehmerin einen echten Mehrwert zu bieten. Ich werde jetzt gleich das Gespräch mit einer KI starten. Der Form halber mache ich das direkt über den Sound vom Notebook. Und vielleicht erkennst du die Stimme der KI ja wieder, das ist nämlich meine. Reden wir also mal eine Runde mit Anton. Hallo, Anton von Autima hier. Schön, dass ich dich erreiche. Hast du gerade zwei Minuten Zeit für mich? Ja, um was geht's denn? Super, ich wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Anton und ich beschäftige mich bereits seit 2017 intensiv mit dem Thema Marketing-Automatisierung. Ich wollte fragen, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, deine bestehenden Leads in deiner Datenbank zu reaktivieren und so deinen Umsatz zu steigern ohne zusätzliches Werbebudget? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Klingt grundsätzlich interessant. Aber eine ganz wichtige Frage, was ist denn, wenn ich gar nicht so viele Leads habe? Also vielleicht nur, wir haben, ich glaube, 1000 Leads in der Datenbank. Ich meine, das ist kein Problem. Tatsächlich arbeiten viele unserer Kunden mit einer ähnlichen Anzahl von Leads. Das Tolle ist, dass wir auch mit kleineren Datenbanken arbeiten können. Unser System ist darauf ausgelegt, selbst aus einer kleineren Anzahl von Leads das Beste herauszuholen und sie in zahlende Kunden zu verwandeln. Wenn du magst, können wir ein Beratungsgespräch vereinbaren. Um genau zu schauen, wie wir auch dir helfen können. Wann würde es dir nächste Woche passen? Ja, eine kurze Frage. Also wir sind im B2B. Ich weiß gar nicht, funktioniert das auch? Also wir sind ein Industrieunternehmen und verkaufen eine chemische Lösung für Klebemittel. Ja, absolut. Unser System funktioniert auch im B2B-Bereich. Viele unserer Kunden sind ebenfalls Industrieunternehmen und wir haben bereits zahlreiche erfolgreiche Projekte in diesem Sektor umgesetzt. Wir sind dafür da, deine bestehenden Leads optimal zu nutzen, egal in welcher Branche du bist. Wenn du magst, können wir das in einem Beratungsgespräch näher besprechen. Wann würde es dir nächste Woche passen? Passt es dir am Montag vielleicht um 13 Uhr? Klingt super. Montag um 13 Uhr passt mir. Ich freue mich drauf, die Details zu besprechen und dir zu zeigen, wie wir deine Leads reaktivieren können. Danke dir für die Zeit. Bis Montag. Bis Montag. Du hast gehört, Anton arbeitet mit meiner eintrainierten Stimme. Aber es gibt auch viele fertige Stimmen, die wirklich richtig gut klingen. Du kannst natürlich auch Frauen für dich telefonieren lassen. Und genau das machen wir gleich im nächsten Beispiel. Du hast übrigens auch gerade gehört, die Stimme hatte einen leichten Bürohintergrund. Sogar solche kleinen Details können wir umsetzen. Kommen wir direkt zum Case Nummer 2. Im Case Nummer 2 haben wir folgendes Szenario. Du veranstaltest ein Webinar. Und du weißt, wie es ist bei Webinaren. Leider sind nicht alle Menschen da, die sich für dein Webinar registriert haben. Aber es wäre schön, wenn ein paar mehr dabei sind. Und genau um diese Showrate zu erhöhen, genau dafür nutzen wir auch zusätzlich KI-Telefonie. Und jetzt ruft mich die liebe Laura an, um einfach mal vor dem Webinar mich zu fragen, ob ich die Webinareinladung bekommen habe, es in meinem Kalender habe und ob es schon Fragen gibt. Das erhöht natürlich die Verbindlichkeit für die Webinarteilnahme. Hallo René, hier ist Laura von Autima. Schön, dass ich dich erreiche. Du hast dich für unser Webinar angemeldet. Hast du kurz zwei Minuten Zeit für mich? Ja, um was geht es denn? Ich wollte nur kurz nachfragen, ob du die Bestätigung für unser Webinar erhalten hast, das am Montag, dem 1. Dezember um 19 Uhr stattfindet. Bist du sicher dabei? Es gibt keine Aufzeichnung, also wäre es super, wenn du den Termin auch in deinem Kalender hast. Ich dachte, das war am Dienstag um 19 Uhr. Ähm, ich kann verstehen, dass das verwirrend sein kann. Das Webinar findet tatsächlich am Montag, dem 1. Dezember um 19 Uhr statt. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Hast du die Bestätigung schon erhalten? Nee, die habe ich gar nicht bekommen. Oh, das ist ja blöd. Kein Problem, ich schicke die Bestätigung gleich nach unserem Gespräch nochmal raus. Ich habe deine E-Mail-Adresse im System und hast du vielleicht schon Erwartungen an das Webinar oder gibt es Fragen, die du gerne beantwortet hättest? Ja, also werdet ihr in dem Webinar, ist das nur so eine Verkaufsshow oder lerne ich da auch was? Haha, gute Frage. Es ist definitiv kein reiner Verkaufsshow. Du wirst wirklich wertvolle Einblicke in unser Outima-System bekommen und wie es funktioniert, um aus bestehenden Leads neue Kunden zu gewinnen. Wir zeigen dir, wie wir das Ganze angehen und du kannst auch Fragen stellen. Es geht darum, dir zu helfen, nicht nur um uns zu verkaufen. Was interessiert dich denn besonders? Naja, mich würde interessieren, bietet ihr eigentlich eine, also ist es eine Umsetzungsleistung oder kaufe ich da dann einen Online-Kurs und muss mir das alles selber erarbeiten? Was kriege ich denn dann am Ende? Das ist eine super Frage. Also bei uns bekommst du keine Online-Kurse, wo du alles selbst erarbeiten musst. Wir bieten eine Umsetzungsleistung an. Das bedeutet, wir arbeiten direkt mit dir zusammen, um deine bestehenden Leads zu aktivieren und neue Kunden zu gewinnen. Am Ende hast du ein funktionierendes System, das dir hilft, mehr Umsatz zu generieren, ohne zusätzliches Werbebudget. Wir kümmern uns um die gesamte Kommunikation und die Umsetzung für dich. Klingt das nach dem, was du suchst? Ja, das klingt richtig gut, ehrlicherweise. Super, das freut mich zu hören. Ich meine, es ist wirklich spannend, wie wir mit bestehenden Leads arbeiten und sie in neue Kunden verwandeln können. Was wäre denn für dich der wichtigste Punkt, den du erreichen möchtest, wenn du so eine Marketing-Maßnahme einführst? Ja, ich glaube, mir geht es, also, weißt du, bei mir, tja, also wenn sich Marketing rechnet, also wenn ich merke, okay, wir verdienen mehr, als wir ausgeben, natürlich am Ende ein Gewinn, dann ist es eigentlich immer eine gute Marketing-Maßnahme. Genau, das ist der richtige Ansatz. Bei uns bekommst du sogar eine ROI-Garantie, was bedeutet, dass wir nur dann bezahlt werden, wenn unser Marketing für dich funktioniert. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder? Ja, wir möchten sicherstellen, dass du am Ende mehr verdienst, als du investierst. Wenn das für dich spannend klingt, lass uns doch einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren, um alles im Detail zu besprechen. Was hältst du davon? Ja, sollte ich nicht ins Webinar kommen? Also, ich denke, das Webinar könnte dir wirklich helfen, einen besseren Überblick über unser System zu bekommen und wie wir dir helfen können, mehr Umsatz zu generieren. Es ist eine großartige Gelegenheit, um Fragen zu stellen und direkt von uns zu hören, wie wir arbeiten. Wenn du dir unsicher bist, kannst du ja einfach mal reinschauen. Du kannst ja immer noch entscheiden, ob es für dich passt oder nicht. Was hältst du davon? Wunderbar, dann gucke ich mir erst mal das Webinar an. Das klingt nach einem Plan. Ich denke, du wirst viele nützliche Informationen mitnehmen. Und wenn du danach noch Fragen hast oder mehr über die Umsetzung wissen möchtest, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Ich schicke dir die Bestätigung gleich raus, damit du alles im Blick hast. Freue mich darauf, dich im Webinar zu sehen. Super, Laura. Bis dann. Ciao. Ciao, René. Ich freue mich, dass du dabei bist. Bis zum Webinar am Montag, dem 1. Dezember. Wenn du vorher noch Fragen hast, melde dich einfach. Mach's gut. So, du siehst, Laura hat ein bisschen improvisiert, denn es ist eine KI. Und sie hat gemerkt, sie hat Lunte gerochen, dass ich möglicherweise sehr interessiert bin und ist dann vom Webinar geschwenkt direkt auf den Termin. Hatte ich auch noch nicht. Aber hey, das ist halt der Vorteil einer KI. Sie kann interpretieren, was du sagst und es auch wieder aufnehmen. Wie du merkst also, habe ich auch zum Beispiel einen falschen Termin angegeben. Sie hat mich im Termin korrigiert. Ich habe ihr gesagt, ich habe die Einladung nicht erhalten. Sie schickt mir die Einladung raus. Und die KI kann das dann übrigens auch wirklich tun. Das heißt, wir binden sie direkt an dein System an. Sie hat Zugriffe auf die E-Mail-Daten und kann wirklich standardmäßig jetzt solche E-Mails wieder triggern und ich kriege meine Bestätigung. Sie kann auch Termine in deinem Kalender buchen. Das heißt, hätte ich jetzt direkt zugesagt beim Termin, tja, dann hätte ich auch direkt den Termin im Kalender gehabt. So, gehen wir zu Step Nummer 3. Jetzt war ich im Webinar und war dabei, aber ich habe am Ende keine Anfrage gestellt. Tja, ein gutes Webinar-Follow-Up ist wohl die halbe Miete und genau dafür gibt es den Konstantin. Hallo René, hier ist Konstantin von Autima. Schön, dass ich dich erreiche. Ich habe gesehen, dass du in unserem Webinar dabei warst. Hast du kurz zwei Minuten Zeit für mich? Ja, zwei Minuten habe ich. Super, danke dir. Nun, ich wollte dich zuerst fragen, was dein größtes Learning aus dem Webinar war. Was hat dich am meisten beeindruckt oder zum Nachdenken angeregt? Ich fand spannend, dass ihr erzählt habt, dass man so viele Touchpoints mit seinen bestehenden Leads braucht. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war es so, dass ich im B2B sogar mittlerweile 20 Touchpoints brauche. Das wusste ich nicht. Das hat mich wirklich beeindruckt, weil es mir einfach zeigt, dass ein Follow-Up heute anders laufen muss als früher. Ja, genau. Das ist ein echt wichtiger Punkt. Die Zeiten haben sich geändert und die Kunden erwarten einfach mehr Interaktion, bevor sie eine Entscheidung treffen. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele Berührungspunkte nötig sind, um Vertrauen aufzubauen und letztlich den Umsatz zu steigern. Ich meine, das zeigt einfach, dass man mit den richtigen Strategien und einem systematischen Ansatz viel mehr aus den bestehenden Leads herausholen kann. Gibt es denn aktuell Gründe, die gegen einen Start mit unserem Outima-Angebot sprechen? Ich meine, wenn du irgendwelche Bedenken hast, lass es mich wissen. Ich bin hier, um zu helfen. Also, ich glaube, wir haben nicht genug Leads. Wir haben jetzt in unserer Datenbank vielleicht 800 oder 900 Leads. Ich glaube, das reicht nicht. Ich verstehe deine Bedenken. Aber tatsächlich ist die Anzahl der Leads nicht immer entscheidend. Unser System ist darauf ausgelegt, auch mit einer kleineren Datenbank effektiv zu arbeiten. Wir konzentrieren uns darauf, die bestehenden Leads gezielt anzusprechen und sie mit relevanten Inhalten zu versorgen. Das kann oft viel effektiver sein, als eine große Anzahl an Leads zu haben, die vielleicht nicht so gut qualifiziert sind. Außerdem, wir versuchen jeden Monat neue Kunden aus deinen bestehenden Daten zu gewinnen. Das bedeutet, dass wir ständig daran arbeiten, deine Leads zu reaktivieren und in Verkaufschancen umzuwandeln. Glaubst du, dass es sinnvoll wäre, das in einem Beratungsgespräch näher zu besprechen? Ja, kannst du mir vorab nochmal sagen, was es kostet? Nun, die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Größe deiner Datenbank und den spezifischen Anforderungen, die du hast. Aber ich kann dir versichern, dass wir eine ROI-Garantie geben. Das bedeutet, dass wir davon überzeugt sind, dass du mit unserem System Ergebnisse erzielen wirst. Ich würde dir empfehlen, das in einem Beratungsgespräch genauer zu besprechen. Dort können wir auch auf deine speziellen Bedürfnisse eingehen und ich kann dir ein maßgeschneidertes Angebot machen. Was hältst du davon? Ja, ich muss vorher nochmal mit meinen zwei Geschäftsführern darüber reden. Klar, das ist absolut verständlich. Es ist wichtig, dass alle Entscheidungsträger an einem Strang ziehen. Ich meine, je mehr Köpfe, desto besser die Ideen, oder? Wenn du mit deinen Geschäftsführern gesprochen hast, lass uns doch einfach einen Termin ausmachen, um alles weitere zu besprechen. Wann wäre es für dich am besten, um das Thema auf den Tisch zu bringen? Was wäre mit nächste Woche Dienstag? Nächste Woche Dienstag klingt gut. Was wäre dir am liebsten, vormittags oder nachmittags? Dann kann ich den Termin für uns festhalten. Vormittag? Um elf zum Beispiel? Das dauert nur eine Sekunde. Super, ich habe es für nächste Woche Dienstag um elf Uhr notiert. Ich freue mich darauf, mit dir und deinen Geschäftsführern zu sprechen und zu sehen, wie wir gemeinsam an eurer Strategie arbeiten können. Wenn du vorher noch Fragen hast, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Ansonsten wünsche ich dir einen tollen Tag. Bis nächste Woche. Den wünsche ich dir auch. Bis dann. Du siehst also, Konstantin ist mit allen Wassern gewaschen. Alle Einwände, ich habe kein Geld, ich habe zu wenig Daten, was kostet es, ich muss es mit anderen besprechen. All das kann er bearbeiten, entkräften, auf eine sehr freundliche, charmante Art und Weise. Warum macht er das so? Nun, wir haben ihn so gepromptet. Du kannst eine KI an dieser Stelle genau so prompten, wie du es möchtest. Du kannst Datenbanken hinterhängen, du kannst eine Knowledge Base hinterhängen. Du kannst genau sagen, was darf die KI sagen oder nicht sagen. Was sind die Leistungen, wie wird eine Einwandbehandlung gemacht, in welchem Stil soll das Ganze gemacht werden. Ich könnte die KI natürlich auch sehr ruppig telefonieren lassen und harsch, aber wer möchte das schon am Telefon haben. Kommen wir zum Beispiel Nummer 4. Und ich habe dir gesagt, es ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Aufgaben, die man machen kann. Und leider wird sie viel zu selten von Unternehmen gemacht. Das, worum es hier geht, ist zufriedene Kunden nach dem Projekt anzurufen und einmal nachzufragen, waren sie denn wirklich zufrieden? Dann, wenn sie zufrieden waren und nur dann, sie um eine Bewertung zu bitten und mit einem guten Grund das Ganze auch zu veranlassen. Denn mehr Bewertung heißt mehr Sichtbarkeit im Netz und mehr Reputation für dein Unternehmen, was ja nachweislich in allen Bereichen es besser macht. Und was könnte man noch machen mit jemandem, der dich richtig gut bewertet und gut findet? Fragen wir mal Konstantin, was der so möchte. Hallo René, hier ist Konstantin von Outima. Schön, dass ich dich erreiche. Hast du kurz zwei Minuten Zeit für mich? Ja Konstantin, habe ich. Super, das freut mich zu hören. Ich wollte einfach mal nachfragen, ob du mit unserem Projekt zufrieden warst und ob es noch etwas gibt, das wir für dich tun können. Also ich war mit dem Projekt wirklich sehr zufrieden und eigentlich wunschlos glücklich, könnte man sagen. Das ist ja fantastisch zu hören, René. Ich meine, wunschlos glücklich ist genau das, was wir erreichen wollen. Nun, ich hätte da eine kleine Bitte. Wäre es möglich, dass du uns eine Google-Bewertung schreibst? Das hilft uns, mehr Sichtbarkeit zu bekommen und andere Kunden zu überzeugen. Und für jede Bewertung pflanzen wir sogar einen Baum. Was hältst du davon? Ja, das war gar kein Problem. Also die paar Minuten nehme ich mir. Ich schreibe euch eine. Das ist großartig, René. Ich schicke dir gleich den Bewertungslink per E-Mail zu. Und ich wollte noch fragen, kennst du vielleicht einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, die ebenfalls von unserer Leistung profitieren könnte? Das würde uns wirklich helfen. Ja, ich glaube, da gibt es den einen oder anderen. Ich habe den Kontakt zu Hermann Scherer. Der ist im Hochpreissegment unterwegs. Der wäre vielleicht ganz interessant für euch. Das klingt super, René. Hermann Scherer ist definitiv jemand, der von unseren Dienstleistungen profitieren könnte. Wenn du mir seine Kontaktdaten geben könntest, würde ich mich freuen, ihn anzusprechen. Und ich danke dir schon mal im Voraus für die Empfehlung. Ja, schicke ich dir per E-Mail. Klar, kein Problem. Perfekt, René. Ich freue mich darauf, die Kontaktdaten von Hermann Scherer zu bekommen. Und ich schicke dir jetzt auch gleich den Link für die Bewertung. Wenn du noch Fragen hast oder ich dir irgendwie anders helfen kann, lass es mich einfach wissen. Nö, das passt. Ich schicke euch die Bewertung und schicke dir alles. Bis dann. Alles klar, René. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und die Unterstützung. Ich freue mich auf die Bewertung und die Kontaktdaten von Hermann. Wenn du noch Fragen hast oder ich dir irgendwie helfen kann, zögere nicht, dich zu melden. Bis dann und einen schönen Tag noch. Ciao. Du siehst also, eine KI kann für dich die Telefonate auch nach dem Kundenkontakt machen. Kundenanfragen, fragen, ob sie zufrieden sind und nur dann um eine Bewertung bitten, automatisch die Bewertungskampagne anstoßen, die dann per E-Mail rausgeht und natürlich auch automatisch nachfasst, falls der Kunde es dann doch verschmitzt, dich zu bewerten. Und wir haben gleich eine neue Empfehlung. Für Hermann Scherer arbeiten wir natürlich schon, aber ich werde jetzt mal die anderen Kunden von uns anrufen. Vielleicht haben die ja noch eine gute Empfehlung für uns. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und ein paar neue Einblicke gegeben, was man mittlerweile mit KI alles machen kann. Es geht weit über ChatGPT hinaus. Mittlerweile KI nicht nur im Textform, in Videoform, sondern auch direkt in deinem Ohr am Telefon. Wenn du so eine KI haben möchtest, dein Unternehmen mit KI noch besser machen möchtest, dann komm einfach auf unsere Webseite und stell direkt mal eine Anfrage. Wir haben KI-Caller für unterschiedlichste Anwendungszwecke und natürlich haben wir auch ein System und aus deinen bestehenden Links mehr Umsatz zu holen. Marketing-Magie, mit Automatisierung so weit.